Heute möchte ich Ihnen eins meiner Lieblingsbücher vorstellen, das heißt Der Löwe in dir von Rachel Bright. Es geht um eine Maus, die es einfach satt hat, weil sie so klein ist und immer übersehen wird. Sie wird übersehen, sie wird geschubst und irgendwann hat sie die Nase voll und denkt, boah, wenn sie doch mal so wichtig und so groß wäre wie ein Löwe und beschließt dann, zu dem Löwen zu gehen und von ihm zu lernen, wie man sich Gehör verschaffen kann. Und als sie dann ankommt, merkt sie, dass es doch oft gar nicht so schlecht ist, klein zu sein und erlebt eine positive Überraschung.